Was ist mit dem Zigeunerwahn herumzuwahren? Mit dem Zigeunerwahn herumzuwahren, das heißt für mich dann auch einfach, ich bin einfach da, wo ich hinfahre, ich bringe mich selbst mit und meine Stimmung und meine Aura und ich habe eigentlich Lust, etwas Schönes dahin zu bringen, immer wo ich hinfahre und mitzunehmen. Und auch darüber zu berichten, ich kann ganz gut, brauche nicht viel zum Leben und ich habe eigentlich auch keine Lust, Geld zu managen, ich bin kein Geldmensch. Das liegt daran, dass meine Aufgabe einfach darum besteht, dass ich bin. Ich bin und das ist, ja, der Punkt und darüber möchte ich schreiben. Und Und